Ja, Hallöchen, mein Name ist Ernst Krauri, ich bin schon seit über 32 Jahren in der Branche tätig, Beauty, Wellness, Good Wellness, das ist eine neuzeitliche Modeschöpfung, ein neues Wort, in der Branche Gesundheit, Wohlbefinden, Schönheit, Fitness und alles was dazu gehört und ich habe so viele tolle Dinge erlebt in meinem Leben, weil ich bin jetzt sehr, sehr viel unterwegs, ich teste überall was es alles so gibt und ich habe auch Dinge erlebt, wo ich einfach sagen muss, das kann nicht wahr sein, das gibt es nicht, wie kann man nur solche Angebote machen und so weiter und so fort und das hat mich dann einfach dazu bewogen, ein Buch darüber zu schreiben, Wahrheit und Klarheit im Kosmetik und Wellness Institut, ein Buch, wo es wirklich zur Sache geht, klar mit dem Untertitel, Schluss mit dem Wellness Nap, wo es wirklich darum geht, was sind die Pflichten und die Rechte von Kunden und genauso was sind die Pflichten und die Rechte der Anwender, der Institute, der Schönheitsfarmen, der Hot Wheels und so weiter. Ich kann hier noch eines sagen, es sind ganz, ganz spannende Themen drin, das geht hin vom Termin bis zur Bezahlung, Sie werden sehr, sehr viele wertvolle Inputs finden, viele, viele Kosmetikgeschäfte und Institute sind hingegangen, haben die Bücher gekauft, um sie ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen und teilweise auch ihren Kunden geschenkt und wir haben auch sehr, sehr großen Zugriff von Endverbrauchern, die sich einfach sagen, ja ich möchte endlich mehr wissen, ich möchte endlich Bescheid wissen, wie es in der Wellnessbranche abläuft und ich möchte auch endlich wissen, wie es richtig läuft, was ich verlangen kann und letzter Red ist natürlich auch, was es kosten darf. Also ich kann Ihnen das Buch nur sehr, sehr ans Herz legen, nutzen Sie die Chance, kümmern Sie sich darum und Sie werden auch nie mehr einen Reinfall erleben, weil das ist doch das, was wichtig ist im Leben, ja, dass Sie sagen können, wow, ich weiß einfach Bescheid, ich gehe nicht mehr in Unkenntnis dahin und das sind doch die entscheidenden Parameter, einfach nur Bescheid wissen. 19,80 Euro, das ist wirklich eine lockere Investition, das ist noch nicht einmal eine Rückkehrmassage, das sind vier Schatten Zigaretten, das sind sechs oder fünf, sechs Latte Macchiato und Sie wissen einfach Bescheid, Sie können mitreden und Ihnen kann keiner mehr was vomachen und das Sensationelle ist als Kunde, Sie können hingehen und einfach sagen, was Sie möchten, auf was es drauf ankommt und was Sie nie mehr möchten und genau das gleiche ist auch für Sie als Betreiber, dass Sie einfach wissen, wie macht man das, wie geht man damit um, in diesem Sinne freue ich mich sehr über Ihren Feedback, alles Liebe und ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Beauty und Wellness, machen Sie es gut, Tschüss.